Was müsst ihr sagen, wenn die Tür aufgeht, Max? Ähm, Süßes oder Maues! Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Heute ist Halloween, der 31. Oktober. Wir haben es aber gerade mal 7.15 Uhr. Und die Clara muss gleich zur Schule. In der Viertelstunde läuft sie los und dann muss ich jetzt mal eben schnell Frühstück machen. Das habe ich noch nicht gemacht. Und den Max muss ich noch anziehen. Ja, ich habe heute Morgen ein bisschen getrödelt. Den bringe ich ja nachher in den Kindergarten. Da habe ich aber noch Zeit. Deswegen mache ich jetzt erst Frühstück und dann ziehe ich den Max an. Darf ich die anziehen? Weil du hast gesagt, um die Ohren. Und das sind Ohrenkürzer. Du meinst, du müsstest die anziehen? Okay, also eben schnell Frühstück machen. Und dann Max anziehen. Kinder sind jetzt in Kindergarten und Schule und ich werde jetzt erst mal frühstücken. Oh, die Sonne scheint. Es ist aber ganz kalt. In einem Grad haben wir nur. Das ging jetzt richtig plötzlich. Oh, jetzt muss ich mit einer Hand hier meinen Joghurt herausfüllen. Moment. Es gibt jetzt ganz einfach schnelles Frühstück. Da kriege ich einen Joghurt mit Müsli und einen Kaffee. Okay, genau. Was ich eigentlich sagen wollte, dass... Ja, vorgestern war noch... Ja, doch, vorgestern war noch warm morgens. So um die 12 Grad. Gestern plötzlich ein Grad und ich musste das erste Mal kratzen. Und heute ist wieder nur ein Grad. Ja, ich glaube, ich sollte morgens mit Jacke dann zum Kindergarten gehen. Die Kinder habe ich schon warm eingepackt. Aber mich nicht. Nicht, dass ich doch noch krank werde. Ja, jedenfalls mache ich mir jetzt erst mal Frühstück. Wie gesagt, Müsli mit Joghurt und einen Kaffee. Ich habe mir gestern beim Action, ich glaube, das hier kam 3,99 pro Knoll. Und das ist auch irgendwie 3,99. Das sind so Strickrahmen für Schalt und Decken und sowas. Aber ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich fand nur die Wolle so super kuschelig. Die ist so richtig, richtig kuschelig weich. Und jetzt ruhe ich mir mal schon ein YouTube-Video an, wie das funktioniert. Ich habe die jetzt schon mal gemacht. Die gibt es ja auch im Rund. Ich wollte aber keinen Loop. Ich wollte einen normalen Schal. Vielleicht wäre ein Loop doch besser gewesen. Ich weiß es nicht. Aber die kann man ja nochmal holen. Die gibt es auch im Rund beim Action. Sehr interessant finde ich das auf jeden Fall. Und die Wolle... Also Leute, ihr müsst euch mal fühlen gehen. Die gibt es noch in ganz vielen verschiedenen Farben. Und die gab es halt in diesem Weiß und dem Gelb. Passt zufällig perfekt zu meiner Kuscheljacke, die ich gerade anhabe. Dann gab es die noch in so einem superschönen Mintton und in Rot. Und ja. Und ja, jetzt gucke ich mal schnell das YouTube-Video. Ob ich dann nicht schnell, bevor ich nachher mit meinem Mann, der schläft, der hatte Nachtdienst, den wecke ich um halb 10, weil er die letzte Nacht hatte. Und wir wollen nachher zu Müller. Ich mache mal so. Wir wollen nachher zu Müller in die nächste Stadt. Da ist einer. Da gibt es 20% auf Spielzeit noch bis Samstag. Genau. Aber heute ist ja Donnerstag und morgen ist bei uns Feiertag. Und deswegen machen wir das heute, weil Samstag ja die Kinder dann da sind. Und wir wollten uns schon mal so ein bisschen für Weihnachten eindecken, damit wir das schon weg haben und da mal gucken gehen. Ja. Und ich hoffe, vielleicht kriege ich da noch so einen Schal gestrickt, damit ich gleich so einen super kuscheligen Schal anziehen kann. Es ist doch richtig kalt. Und vielleicht kriege ich das ja hin. Ich gucke mal schnell das Video. So. Wir sind schon wieder zu Hause. Unterwegs habe ich nicht gefilmt. Ich habe aber, ich zeige euch ganz kurz, was wir gekauft haben. Nicht viel. Neue Wolle, dünner und mehr Wollknäule. Dann für die Kindersocken beim Action von Paw Patrol. Einmal für Mädchen. Und für Max, klar, Marshall. Also Marshall und Chase, ganz wichtig. Da gab es einmal Batterien. Und für heute Abend für Clara so einen Nagelsticker. und mit Halloween-Schminke. Dann habe ich mir eine Hose gekauft bei H&M. Und zwar ist das so eine Stopp-Hose. Gieht angezogen eigentlich ganz cool aus. Ein hellgrau. Für 24,99. Noch mehr Paw Patrol. Und zwar braucht ihr, der Max, dringend neue Mützen. Die von letztem Jahr sind alle so ein bisschen eng an den Öhrchen. Und deswegen waren wir noch schnell bei H&M für 7,99. So, nochmal eine Mütze von Paw Patrol für Max. Das hat er gut klingelt. Dann, ich glaube, war es das soweit? Ist auch, Clara hatte sich das hier gewünscht. Das sind so, ich glaube, so Baby-Born-Püppchen. Ja, und es gab ja bei Müller 20% auf Spielzeug. Deswegen haben wir das mitgenommen. Das kam also knapp unter 10 Euro. Eigentlich 13. Ja, sonst gab es leider nichts irgendwie für die Kinder bei Müller. Ich gucke mal, ob wir noch irgendwas in meiner Handtasche haben, was ich verkaufe. Oh, da ist so viel Kassenbons und sowas. Nein, eine Karte von der Meier schon habe ich noch mitgenommen. Die ist jetzt neu bei uns in der Stadt. Genau. Ach ja. Und Ohrringe für mich. Die waren ganz gut. Ich lieziere mich. Das kommt mir in der Kamera überhaupt nicht rüber. Die funkeln ganz schön. Von hier, von Einsting's Family. Für 5,90 Euro. Also nichts Tolles. Aber so, aber wir müssen es mal zum Weg gehen. Oder für die Weihnachtsfeier oder so. Jetzt erst mal schnell. Wir haben uns Nudeln vom Chinesen mitgenommen. Hallo. Ich bin jetzt von der Schule gekommen. Wir basteln jetzt Lutschergeister. Dafür nehmen wir Taschentücher, Gummis und einen Stift. Damit malen wir dann das Gesicht drauf. Und ja. Das machen wir jetzt. Bitte. Ich habe schon mal einen vorbereitet. Da muss jetzt nur noch ein Gesicht drauf. Sieht das gut aus? Ja. Das ist einfach der Loutard. Und da drum ein Taschentuch. Und ein ganz normaler Haushaltsgummi. Mehr nicht. Ganz einfach, schnell gemacht. Und ja. Eine süße Idee. Mhm. Finde ich auch. Bekomme ich noch einen Taschenkuchen? Ich habe mich schon wieder. Musik 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 Das sind ruse Kurvuse? Ja. Ach das sind Kurvus, das sind puggelscheißen Gesichter. So, stecken wir die hier so. An den Rand? Nicht einfach drauflegen geht auch. Die fliegen so um den Rand herum. Wir haben jetzt einfach die Augen hier auf die Süßigkeiten verteilt und die Lutsche einfach in so ein Glas gepflegt, weil das darauf irgendwie nicht gut aussah. Ja, jetzt können wir die einfach dann so noch zusätzlich verteilen. Falls denn jemand klingeln sollte ansonsten, essen wir sie einfach selber. So, ich sitze gerade fleißig an meinem Schal. Ich dachte ich probiere das einfach mal aus. Es ist ein bisschen locker geworden. Ich kann euch das nicht zeigen, weil ich das hier festhalten muss. Dann springt mir das alles wieder auf. Aber ich glaube, übrigens habe ich mir jetzt zwei Knäule genommen, weil die Wolle ein bisschen dünn ist. Ich habe gedacht, doppelt hält besser. Sieht auch ganz gut aus. Warum das so locker ist, weiß ich allerdings nicht. Aber ich mag das sowieso nicht, wenn die so fester sind und so ist es vielleicht auch weicher am Hals. Aber ich würde sagen, Übung macht den Meister. Vielleicht habt ihr ja einen Tipp für mich, wenn ihr das schon mal gemacht habt. Ich habe jetzt meine Kuscheljacke wieder angezogen. Die lasse ich jetzt auch an. Ich muss nämlich jetzt zum Elternrad im Kindergarten. Und da fahre ich jetzt schnell hin. Zieh deine Schuhe aus, Schatz, und holen sie bitte weg. Aber ich habe meine Allergie verloren. Deine Allergie hast du verloren? Ja. Wo hast sie denn verloren? Was hast du denn für eine Allergie verloren? Meine Kinderallergie. Deine Kinderallergie hast du verloren? Nicht Selbstallergie. Was war denn die Kinderallergie? Ja, die Kinderallergie. Achso. Räumst du dir in die Schublade, Schatz? Nein, Fohle. Oh, Zwischenstand. Es ist doch nicht so locker, wie ich dachte. Nicht so fest, wie ich glaube ich sollte. Aber nicht so locker, wie ich dachte. Und ich glaube, passt perfekt zu meiner Jacke mal wieder. Obwohl es hier eine andere Wulle ist. Ja, der Max guckt so rum. Ich darf jetzt eine Folge Paw Patrol gucken. Da vorne. Und dann machen wir auch schon uns fertig für Halloween. Und ja, Clara ist noch beim Tanzmann. Man holt sie gerade. Und danach machen wir uns fertig. Und dann geht es gleich los. »Ich gehe dieses Halloween als Halloweenkönigin. Und Mein kleiner Bruder mag das.« »Als dein Königs...dache.« Machst du mal die Türe wieder zu, bitte. »Ich gehe als dein Königsdache.« So, dann ab zum Aufzug. Wir gehen hoch die Oma erschrecken. Genau. Aber du erst die Pum. Nee, wir gehen jetzt hoch zur Oma. Die Wann ist noch nicht fertig. Was liegt aus? Unsere Spinnen haben auch schon Platz bezogen. Das müssen wir sagen, wenn die da sind. Was müsst ihr sagen, wenn die Tür aufgeht, Max? Süßes Oma saures. Genau. Piep, piep, piep. Piep, piep. Mami. Ja, komm. Da kommt Thomas. Geht mal, guck mal. Clara, alles gut. Der Hund ist weg. Süß. Der Hund ist eingesperrt. Alles nicht. Oh, noch einer. Noch einer? Moment, wo hast du deine Beutel? Ja. Hallo, Thomas. Hallo. Hallo. Herr Lilli. Und wie war's? Nicht zu schön. Warum nicht? Weil es nicht zu schön war. Er schreckt den Papa, los. Klingeln. Geh klingeln, los. Geh klingeln. Klingeln. Ist gut. So, wir haben jede Menge erbautet. Einen ganzen Kessel voll. Den haben wir allerdings auch schon mal ein bisschen ausgekippt. Und haben... Oh, unser Spender ist leider unterwegs kaputt gegangen. Die hatten wir selbst gebastelt. Aber die haben wir jetzt auch gezeigt. Die Hälfte der Falkenputzer verloren. Und Augen sind auch die Hälfte ab. Aber das ist nicht so schlimm. Ja, und jede Menge Süßigkeiten. Ich weiß leider nicht, ob das Videomaterial was geworden ist. Weil es war sehr dunkel unterwegs. Aber das gucke ich nachher mal. Gucken, ob ich es vielleicht ein bisschen heller machen kann. Ja. Max ist schon im Bett. Wir haben uns jetzt fünf nach acht ungefähr. Clara zieht sich gerade um. Dann geht sie auch ins Bett. Und dann ist für uns der Abend auch vorbei. Ich werde noch ein bisschen in meinem Schal weiter schicken. Damit der auch bald fertig wird. Das macht richtig Spaß. Hätte ich nicht gedacht. Ja. Und... Mal gucken, ob bei uns noch jemand klingelt. Bis jetzt leider noch nicht, hat mein Mann gesagt. Das heißt, unsere Geister sind leider noch vollzählig. Naja, die Kinder haben auch Spaß dran. Und das, ja, essen auch unsere Kinder irgendwann. Ja. Also. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal. Dann verpasst ihr auch nichts mehr. Und wir sehen uns im nächsten Vlog. Bis dahin. So. Kommen wir noch schnell zur Auslosung der Gewinnerin. Ist ja an Halloween auch ausgelaufen. Mein Gewinnspiel. Wir haben heute den 2. November. Gestern bin ich zu nichts gekommen. Aber ich dachte, ich mache das heute schnell und hänge das hinten an den Vlog dran. Ich habe mir alle Namen rausgeschrieben. Und die Clara hilft mir jetzt einmal kurz beim Namen ziehen. Ich mische das mal eben. So. Und die Clara zieht jetzt einen Namen. So. Und die nehme ich jetzt vor. Ähm, Maris. Marieria. Ah. Ja. Unten in der Infobox steht meine E-Mail-Adresse. Da schreibe ich das nochmal rein. Äh. Wo du dich hin melden sollst. Dann schreibst du mir bitte eine E-Mail. Dass du das bist. Und dein Alter. Und alles Weitere klären wir dann per E-Mail. Und ja. Allen anderen. Das war bestimmt nicht das letzte Gewinnspiel. Es hat mich super gefreut, dass ihr mitgemacht habt. Und vielleicht mache ich ja kurz vor Weihnachten noch ein Gewinnspiel. Ansonsten spätestens nächstes Jahr. Und ja. Trotzdem eine schöne Vorweihnachtszeit. Und ich hoffe euch hat das Video trotzdem gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Ciao!